hallo und herzlich willkommen zu einem neuen news video über champions of regnum mein account ist ja leider entweder gehackt worden oder von gamigo irgendwie rausgenommen worden deaktiviert worden oder sie haben einfach ein bug wo ich mich nicht mehr einloggen kann deshalb habe ich gedacht wir könnten bei ra weitermachen ich möchte nicht mehr in valhalla sein es sind einfach viel zu wenig spieler ohne ich werde sicher valhalla irgendwann mal wieder unterstützen wenn ich den account wieder habe aber jetzt habe ich einen neuen account gemacht und ich möchte gerne nicht eben nicht auf valhalla spielen sondern auf ra sagt mir doch bitte was ihr für ein reich haben wollt und was ihr für eine charakterklasse muss ich als ritter nehmen zum live streamen aber ich werde sicher mal mit dem babar anfangen zu farmen und dann auf der ritter immer wieder weiterbringen am abend entscheidet ihr euch bitte um in diesen drei reichen was ich für ein reich nehmen soll ich möchte schon ein reich nehmen wo auch viele deutsche sind sonst müssen wir halt einfach deutsche anlocken irgendwie informiert euch am besten wo es am meisten deutsche gibt momentan ich mag alle drei reiche sehr aber ähm ja syltis gefällt mir immer noch am besten natürlich aber ich möchte nicht nehmen wenn es wenn es halt blöd ist wenn nicht so viele deutsche da sind ja und ähm dann geht es halt einfach nochmal neu weiter aber ich mache natürlich schnell vorwärts ich werde immer wieder leveln 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 nebenbei und ich hoffe dass die anderen auch kommen wieder tut mir eben leid dass ihr dürft gerne auf beiden serien spielen und ähm es geht halt einfach nicht dass ich möchte in Valhalla nicht nochmal neu beginnen ähm ich bekomme wahrscheinlich den account wieder dann spielen wir hauptsächlich in Valhalla vielleicht oder wenn ihr doch lieber mehr spaß habt erfrahl können wir das machen also ähm jo ich mache noch eine abstimmung also ich glaube das kann ich gar nicht im video machen machen wir heute abend im minecraft livestream oder so oder beginnen wir schon mit einem regnum livestream dass ich dann dort noch eine abstimmung mache aber einfach kurz in die kommentare schreiben welches reich am besten hä oder ob ihr ehren verstanden seid dass ich auf arbeit mache und ja dann dankeschön fürs schauen und bis zum nächsten livestream tschüss bis zum nächsten tösten tschüss bis zum nächsten